Ich habe sogar die Reparatur-Wichselstätte betrachtet. Die kommt sich so überflüssig vor, weil sie kein Kästchen dabei hat. Kein Reparatur-Wichsel-Kästchen. Ich kriege immer die Duftsäckchen! Das ist meins. Das habe ich gespendet, quasi. Ach so, das sind die, die reingelegt worden sind. Ja, ja. Ich dachte, das ist die, die man aufgelaufen ist. Ich mach die aber eigentlich nur rein, weil ich am Ende Rückwirkung bekomme. Aber nur du, wir nicht, oder? Ich kriege den Bonus, dass ich das reingemacht habe. Und ihr kriegt den Bonus, dass das die Opfergawalt macht. Ich glaube, es ist 40% mehr Wutpunkte auf irgendeine Kategorie. Die kriegen wir also. Und eine neue Runde startet. Ich hau hier schon überall mit meinem Gamepad dagegen, weil ich hier irgendwie voller Vorkabelung bin. Ich mach das mal da drunter so. Oh, dann habe ich das Gamepad gegen das Ding. Oh, scheiße, der Tempel der Reinigung. Oh, jetzt sag bitte nicht, dass die Katzerin auch dabei ist. Ich bin wieder... Ach, ich bin alleine gespawnt. Mann. Ich bin hier, glaube ich, bei der Killerin irgendwo. Ich mach, ich bin hier ganz... Ach, hei, hei. Ne, das bist du nicht. Ich bin aber auch alleine. Ne, ne. Hier ist ein Countdown. Was ist das denn? Ich glaube, da will ich schon mal eins. Hier ist ein Generator. Ja, da ist ein Generator. Ja, also links kann ich nicht alleine dritten. Der ist rechts. Scheiße. Nein! Arsch! Hab dieses Scheiß-Schwein von Saw. Er sieht mich. Ach du Scheiße. Nein! Du Arsch! Ne, das ist er gar nicht. Ja, der ist bei mir der Killer. Ja! Nein! Der hat mir... Oh Gott! Er hat mir das Ding angelegt. Oh fuck, ey. Sein Gesicht explodiert gleich. Pass auf, der läuft parallel von euch. Bei irgendjemandem häng ich gerade in der Nähe. Der ist recht weit von mir. Das heißt, ich kann ihn hier noch weiter finden. Der ist... Oh! Habe ich mich jetzt erschrocken. Hier hängt ne Jigsau-Puppe. Hier hängt ne Jigsau-Puppe. Oh! Oh! Hier hängt ne irgendein Clown oder sowas. Ne, ne, das ist kein Clown. Die eine versucht mich zu retten. Kommt hier langsam an. Ich hab einen, ich hab einen. Ich mach auch gerade einen, aber ich hab noch einen Drittel. Also das Wollende-Werkzeug-Ding, das kann man zweimal benutzen. Gut zu wissen. Wir müssen Silke retten. Ne, ich bin schon hier. Mach noch einen. Oh, fuck, fuck, hat der mich jetzt gesehen? Scheiße, der hat mich gesehen. Nein! Och, das ist doch nicht wahr. Du bist so ein Arschloch. Also welcher Killer ist das jetzt? Mit der Schweinemaske. Kommt vor. Den hatte ich noch nie. Hier hängt mich jetzt aber wieder aufgerutscht. Das ist doch nicht... Ja, ich bin Infantotis. Fuck, ey. Der kommt zu einem von euch? Äh, Schatz, ich glaub vorsichtig. Oh. Ich bin hier mit dem anderen grad dran, und dann transferieren wir einen anderen Generator. Ich opfere mich für euch. Bin eh gleich tot, aber ich kämpf noch. Ist die noch da? Ist die noch da? Ja, die läuft hier kreuz und quer bei mir rum. Äh, am Generator die Ecke. Jetzt geht's in Richtung Haus, ist das... oder Tempel? Boah, ich hab keine Kraft mehr im Finger. Scheiße. Mann, ey. Was macht die für ne Scheiße? Die ist genau entgegengesetzt von uns hingelaufen eben. Wäre so schnell als fertig. Ich bin hier nicht mit... Nein, Scheiße. Also, gut. Wir haben noch einen Generator. Irgendjemand ist bei mir in der Nähe. Ja. Ich bin... ich bin grad... Ich werd von ihr gejagt gerade. Äh, wo bist du denn? Sie nicht in die Ecke. Hängst du? Hängst du? Ja, sie hat mich. Sie hat mich. Ja, oder sie? Hm. Ja, es sieht aus wie ne Sie. Hat aber so ne Schweinsmaske auf, und man weiß es nicht. Aber ich hab mich so dermaßen erschrocken, als dieses ekle Geschweinegesicht auf einmal in mein Blickfeld kam, ey. Also ist das... Ja, ich bin aufgehangen. Ich bin auf so nem Podest oben. Ja, 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 ja. Da komm ich hin gleich. Sag mir nicht, wie schon wer geht. Es ist auch ein Totem. Es ist auch ein Generator in der Nähe. Ich hör ihn noch. Oder? Ne, ich hör ihn nicht mehr. Kann es sein, dass hier irgendwas bald explodiert? Und da hinten kommt irgendeiner? Ja. Ich weiß aber nicht, wie ich hier hochkomme. Komme ich hier hoch? Ach, das Ding ist... Ich werd schon gerettet. Komm hier runter, Papa. Komm hier runter. Ja. Hier ist ein Generator. Aber ich müsste geheilt werden, vielleicht. Ja, warte. Bleib stehen. Ich bleib hier in der Ecke. Oh oh. Einer hängt da noch, wer ist das? Ist der Generator? Der hängt da hinten. Was hat der denn am Kopf? Das bin ich. Die explosiert gleich. Die explosiert gleich. Die explosiert gleich. Oder ist das ein Peilsender, dass die dich findet? Hat die dir das aufgemacht? Jaja, hab ich doch eben gesagt. Dann haben wir Peilsender, die findet uns. Andere Richtung. Andere Richtung. Die woanders hin. Mich hat es noch nicht angepeilt, aber dich, jetzt ein Generator. Ja, ja, hab ich ja gesagt. Das ist ein Fall. Und der Toten. Nein! Fuck! Ich hab' die falsche Taste gedrückt. Hast du dich? Nein, die Falle hatte ich gerade. Wie die Falle? Oh fuck! Äh, ich hab' mich grad selbst umgebracht. Wie, du hast dich selbst umgebaut? Ja, ich wollte mal versuchen, was das ist. Nein! Ich kenn' das ja nicht. Was das ist mit dieser Falle, die zu entschärfen? Die kommt, sie kommt, sie kommt. Hör auf! Da ist so direkt vor dir. Ich glaub' ich bin grad auf dem... Ja, es steht ja zugekommen. Äh, da liegt meine Leichen. Da liegt der Koffer übrigens, wo du grad warst. Von mir. Sie hat dich, oder was? Ja. Bleib da, sie kommt zu dir. Komm zu dir. Geh' irgendwo ins hohe Gras, wo sie dich nicht so sehen kann. Ja, sie macht den Dings kaputt. Den, äh... Ah, ne, sie kommt hinterher. Ja. Boah. Scheiße, ich weiß da auch so was. Das ist ja scheiße. Ach, der eine ist schon... Der eine ist schon tot? Oh, pass auf. Die kommt in deine Richtung. Ne, ne, ne. Geht's weiter machen. Oder du rettest mich. Ja, wo bist du? Ich häng' mir. An der Hütte, wo ich eben gestorben bin. Ah, aber ich hör' ihn noch. Ein bisschen, aber ich sehe sie nicht mehr. Leise. Bei ihm ist es aber leise. Deshalb wollte ich dir den Generator eben machen. Warte, wenn du den hast, dann können wir schon... Ich weiß nicht, ob ich schon rauskomme. Also, wenn du stirbst, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann komm. Ich hab' mich für euch geopfert. Das heißt, ihr müsst überleben. Das heißt, ihr müsst überleben. Aber ich hab' das jetzt irgendwie nicht verstanden mit diesem Kopfteil. Ich mein', ich kenn' ja den Film. Also, ich versteh' schon, was da abgegangen ist. Ja, rechts von dir. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ah, die ist hinter dir. Pass auf. Die ist an diesen braunen Dingern, liebste gerade entlang hinter euch. Ja, die verfolgt euch, glaube ich. Ja, die verfolgt euch. Ja, die verfolgt euch. Ja, die verfolgt euch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Palette. Ah, pack, 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 pack. Hat sie dich? Ja. Ja, er liegt wieder. Oh, Mann. Du kannst mich nur einmal retten. Aber ich hab' den Piepstar bei mir dran. Der piept schon. Ja, was glaubst du, was bei mir eben war? Was heißt das? Ich sterbe, oder was? Ja, ich hab' die Falle eben gemacht. Das kann vielleicht... Ihr kommt in deine Richtung. Ich denk' mal, der ist ein Fall. Ja, ja, es piept schon. Vor dir. Vor dir rechts war die gerade. Ja, geil. Ich bin tot. Du bist tot. Wieso stellst du dich mir jetzt so in den Weg? Die sieht dich doch. Ja, ich kann doch nix machen. Die sieht mich doch eh. Ja, wenn du direkt hinter ihr herläufst, ist das klar. Hä, wie hinter ihr herläuft? Ich hab' doch gerade gesagt, vor dir ist sie. Ich hör' sie doch gar nicht. Wo ist die Falltür? Die Falltür ist offen. Äh, was war das hier? Der Tempel, ne? Wie, weiß? Oh, oh, warte. Ah, vielleicht kommt sie dann näher? Ja, ja, es piept. Ich komm' näher. Oder? Warte mal, du hast unten so einen, so einen runden Kreis drum. Nee, ich glaub' das ist nur... Ich glaub' ich explodiere gleich. Ja, ja, ich explodiere gleich. Ich glaub' nicht, dass das ein Peilsender ist. Ich glaub' du kannst'n aber abmachen. Wie denn? Wenn ich mal stehen und mach' mal linksweg oder rechtsweg festhalten. Geht das? Nee. Weil, weil ja solche oder sowas kann man... Aber andere mal, das ist doch gut, Schatz. Hör' du mal zu. Da sind doch diese Jigsaw-Puppen. Da steht Falle entfernen. Ich nehm' an, dass das das ist, aber dabei bin ich gestorben eben. Ich hab' glaub' ich zweimal falsch... Ich weiß markiert sind, wie bei der... Nee, ich bin tot. Ja, aber lauf' dahin, damit du dir die Schmache luchen kannst. Dass du genug Zeit... Wenn du rennst, musst du genug Zeit... Ja, da ist so... Da, die meine ich, direkt vor dir. Ja, das Ding. Ja. Aber die sind genauso scheiße mit dem Spielchen. Und ich hab' dabei meine Hände eben verloren und bin dann explodiert im Kopf. Achso, hast du die Marien verloren? Ja, du musst die Hände reinstecken und die werden... Da wird dann irgendwas mitgemacht, die werden... Keine Ahnung, ob das wie das... Oh, oh. Was ist in der Nähe? Na? Pass auf, du hast es gleich. Äh. Hä? Ich hab's aber geschafft! Eigentlich schon. Das ist so'n Kacke, ey! Ich hatt's doch geschafft! Das ist ja ass total. Ey, das ist ja richtig assi, ey! Ja, ich letzte Minute noch... Äh, letzte Minute noch hoch gegangen. Ja, also wenn ihr jetzt wisst, wie das funktioniert mit diesen komischen... Äh, was macht der jetzt? Achso. Wie das funktioniert mit diesen komischen Gesichtsfallen. Also ich meine, ich kenn' die Fallen, ich weiß, was dann passiert. Ich hab' mein Werkzeugkiste voller und keiner hat's hier aufgesammelt. Ähm. Und wie man die loswerden kann. Also er hat's ja jetzt ganz eindeutig geschafft. Ich weiß das, aber der Killer hat dich doch auch nicht getroffen, ne? Der war ja nicht so schön in mir. Ne, 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 der war nicht. Ne, 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 ne. Irgendwie war das seltsam. Dann schreib das bitte in die Kommentare. Mein Kopf ist ja geplatzt, das hast du ja gesehen. Also der ist so richtig oben, bumm, als wenn das explodiert wär. Ja, das passiert mit Leuten, die zu viel denken. Mhm. 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 Mhm.